Hallo und Willkommen bei Up to Text. Mein Name ist Lukas Bernwieser und Thema heute ist wieder die Gruppenbesteuerung. Ganz konkret der Fall, was passiert, wenn eine Einbringung verunglückt und ich ein Gruppenmitglied frühestmöglich aufnehmen will. Was sind da die Spielregeln? Wann kann ich das frühestmöglich machen? Da hat es ein ganz nettes BFG-Erkenntnis gegeben. Das haben wir auch schon in der Literatur im Detail aufgearbeitet, also ganz konkreter Professor Hirschler, Gottfried Schulz, Christian Oberkleiner und ich. Weil es aber wirklich ein interessanter Fall ist, haben wir uns gedacht, wir nehmen es auch in das Format Up to Text mit auf. Apropos Up to Text Format, wenn euch das Format gefällt, dann bitte gerne den Kanal abonnieren, auch die Glocke aktivieren, dass ihr da den Content nicht verpasst, den wir hier bringen und wenn Beiträge dabei sind, die euch ganz besonders gut gefallen, seid so gut. Liked und kommentiert, weil das wäre eine ganz feine Sache. Ich würde sagen, nach diesem kurzen Intro starten wir wirklich rein in den Fall. Worum geht es? Ich habe es erwähnt, das ist die Gruppenbesteuerung. Was sind so die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Dinge, die wir brauchen, um den Fall gut besprechen zu können. Wenn ich eine Gruppe einrichten möchte, brauche ich einen Gruppenträger, ich brauche einen Gruppenmitglied. Ich brauche eine finanzielle Verbindung zwischen den beiden. Also der Gruppenträger muss mehr als 50 Prozent des Kapitals, mehr als 50 Prozent der Stimmrechte am Gruppenmitglied halten und das für das gesamte Wirtschaftsjahr des Gruppenmitglieds. Wenn da auch nur eine Sekunde fehlt, dann ist die Gruppe nicht möglich. Was auch noch wichtig ist, man braucht einen Gruppenantrag und den Antrag muss man stellen zeitgerecht, nämlich im Idealfall vor Ablauf des Wirtschaftsjahres, für das man die Gruppe einrichten möchte. Nämlich hier ist auch wieder das Wirtschaftsjahr des Gruppenmitglieds maßgebend. Und in der Praxis ist es so, weil die finanzielle Verbindung so eine entscheidende Bedeutung hat, verwendet man oft auch Rückwirkende Umgründungen, dass man hier die finanzielle Verbindung einrichten kann. Und das ist auch im vorliegenden Fall so passiert. Wir haben hier die Ausgangssituation, es ist eine Privatstiftung eingerichtet, die hat ihre Anteile an der X GmbH und die X GmbH ist wiederum beteiligt an der Y GmbH. Und geplant ist jetzt, dass die Privatstiftung 51% an der A GmbH einbringt in die X GmbH. Es ist ein rückwirkender Stichtag geplant, nämlich der 31.12.2016, sodass man ab 01.01.2017 eine finanzielle Verbindung hat, nämlich die X GmbH an der Y GmbH. Und es ist dann geplant, dass man für das Veranlagungsjahr, für das Wirtschaftsjahr 2017 eine Gruppe einrichtet. Und zwar zwischen der X, der Y und der A. Und das ist auch so passiert. Und wenn alles glatt gelaufen wäre, hätte das auch perfekt so funktioniert. Aber es ist ein Fehler passiert. Man hat nämlich verabsäumt, zeitgerecht die Einbringung anzumelden beim Finanzamt. Und wenn quasi die zeitgerechte Einbringungsmeldung fehlt, dann ist eine der wesentlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, damit die Einbringung steuerneutral läuft. Und man ist hier Gefahr gelaufen, dass diese Sacheinlage der 51% an der A GmbH, dass die steuerpflichtig sind. Es gibt aber im Umgründungssteuergesetz die Möglichkeit, in solchen Fällen einen Ersatzstichtag zu wählen. Nämlich, das ist dann der Tag, an dem der Einbringungsvertrag abgeschlossen wurde, dass man hier eben die Einbringung auf diesen Stichtag bezieht. Damit man das Gröbste verhindert, dass die Einbringung noch immer steuerneutral läuft. Und das hat man auch gemacht und hat hier quasi das auf den Tag des Einbringungsvertrages bezogen. Das war der 26.09.2017. Und somit war klar, hinsichtlich der A GmbH erfüllt man wohl nicht mehr die Voraussetzung, dass die finanzielle Verbindung von 01.01. bis 31.12.2017 gewährleistet ist. Und wie es halt so ist in der Praxis, kommt dann auch der Gruppenfeststellungsbescheid leider Gottes zwei Jahre verspätet, also im Jahr 2019. Und die Gruppe wird festgestellt, allerdings nur zwischen der X und der Y GmbH erwartungsgemäß. Und mit Blick auf die A GmbH gibt es eine Absage, weil eben die finanzielle Verbindung nicht vorliegt. Dieser Gruppenfeststellungsbescheid ist im Jahr 2019. Und die A GmbH beschwert sich dagegen und sagt, naja, an und physisch müssten wir hier den Gruppenantrag, der gestellt wurde, insoweit modifizieren, als dass die A GmbH ab dem Wirtschaftsjahr 2018 aufgenommen wird in die Gruppe, weil quasi Ersatzstichtag war der 26.09.2017. Das heißt, 1.1.18 bis 31.12.2018 wäre die finanzielle Verbindung grundsätzlich da und eine Gruppe möglich. Und jetzt ist die Frage, was hat die Finanz dazu gesagt in erster Instanz und das BfG? Das Finanzamt hat in der Beschwerdevorentscheidung eine Absage erteilt und hat gesagt, das geht so nicht. Bei an und physisch im vorliegenden Fall hat man Gruppenantrag, der betreffend das Wirtschaftsjahr 2017 gestellt worden ist. Wenn man jetzt beantragt, dass die A GmbH für 2018 aufgenommen werden soll, dann ist das ein Antrag für eine zukünftige Veranlagungsperiode und das ist nicht zulässig. Und darüber hinaus hat die Finanz gesagt, wenn ich eine Absage habe betreffend das Jahr 2017, dann brauche ich im Folgejahr, nämlich für 2018, einen Erweiterungsantrag, der muss gestellt werden, das ist ein separater Antrag und das ist im vorliegenden Fall nicht gegeben gewesen und deswegen ist die Beschwerde hier abzulehnen, hier eine Absage zu erteilen. Das Ganze ist zum BfG gelangt und das BfG hat uns dann folgendes mit auf den Weg gegeben oder hat wie folgt erkannt, hat gesagt, naja, man muss hier unterscheiden. Aus Sicht des BfG ist hier nicht ein Fall vorliegend, wo man einen Erweiterungsantrag diskutiert, sondern man diskutiert hier die Verbesserung eines ursprünglich eingebrachten Antrages. Und Anträge, Gruppenanträge können grundsätzlich immer bis zur Rechtskraft, nämlich zur finalen Rechtskraft des Bescheides abgeändert werden. Es dürfen sich nur die grundsätzlichen Dinge nicht ändern und das ist im vorliegenden Fall ja auch nicht der Fall gewesen. Es ist alles gleich geblieben, nur der entscheidende Unterschied ist, man hat halt für die AGMBH gesagt, na bitte nehmt die AGMBH ab dem Wirtschaftsjahr 2018 auf. Und wenn es dann darum geht, im Detail, was die Finanz vorgebracht hat, dann hat das BfG dazu Folgendes gesagt, es hat gesagt, naja, wenn es jetzt um das Thema geht, es ist ein Antrag für eine zukünftige Periode, dann muss man sagen, der Gruppenfeststellungsbescheid ist im Jahr 2019 ergangen und im Jahr 2019 ist das Jahr 2018 keine Zukunft mehr. Wenn es darum geht, es hat keinen Erweiterungsantrag gegeben, dann ist das richtig, es braucht grundsätzlich einen Erweiterungsantrag, wenn man eine Absage kriegt oder einen neuerlichen Antrag, wenn man eine Absage kriegt, betreffend eines Gruppenantrags, weil man nicht automatisch davon ausgehen kann, dass ein einmal eingebrachter Antrag auch gleich fürs Folgeveranlagungsjahr gilt. Im vorliegenden Fall ist es aber so, dass man keine generelle Absage für die Gruppe gekriegt hat, sondern die Gruppe ist ja zustande gekommen, nur halt mit der X und der Y und was die AGMBH anbelangt, da hat es die Beschwerde gegeben, wo man ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, hier soll aufgenommen werden und aus diesen Gründen ist im vorliegenden Fall kein neuerlicher Erweiterungsantrag notwendig und wenn man sich dann noch nicht die Frage stellt, naja, der Gruppenfeststellungsbescheid ist ja jetzt 19 ergangen, einen Antrag müsste ich ja stellen, bevor das Wirtschaftsjahr 18 abgelaufen ist, ist das nicht zu spät, auch für den Fall hat das BfG eine Aussage mit angeführt, nämlich hat er gesagt, naja, zum Thema verspäteter Gruppenantrag muss man sagen, es gibt hier ja diesen ursprünglich eingebrachten Antrag, der ist 17 eingebracht worden und dieser ursprüngliche Antrag ist modifiziert worden, sodass hier auch eigentlich kein verspäteter Antrag vorliegt. Ein bisschen kompliziert, verfahrensrechtlich kompliziert, sodass sich die Frage stellt, was kann man sich da für die Praxis mitnehmen? Für die Praxis kann man sich mitnehmen zum einen, was den Gruppenantrag anbelangt, wenn man so eine Konstellation hat, dass einem eine Einbringung verunglückt, dann weiß man das ja in der Regel in dem Moment, wo man verspätet anmeldet, also im konkreten Fall. Oktober 17 war klar, die Gruppe wird für die AKBH nicht mehr so funktionieren. Dann wäre es doch was Nettes, dass man sich diesen ganzen Zenober erspart, indem man einfach in eventu einen Erweiterungsantrag stellt, das wäre so mal der erste Tipp. Das zweite, was man ganz schön in dem Fall gesehen hat, ist ganz wichtig, eben bei Einbringungen, die ohne Firmenbruchzuständigkeit laufen, also wenn ich eine Einbringung vorsehe und das ist keine Kapitalerhöhung oder Sachgründung damit verbunden, dann ist das Finanzamt zuständig. Und dann ist es einfach super wichtig, zeitgerecht hier eine Anmeldung beim Finanzamt vorzunehmen. Das ist einfach eine kritische Frist, die sollte man tunlichst einhalten. Wenn das nicht funktioniert, wie im vorliegenden Fall, dann kann man sich mitnehmen, es ist noch nicht alles verhaut, man kann den Ersatzstichtag wählen, um das Gröbste zu verhindern. Was der Ersatzstichtag aber schafft, ist natürlich die Steuerneutralität der Einbringung aufrechtzuerhalten, aber halt nicht den Stichtag. Also das ist vielleicht ganz wichtig, sich mitzunehmen. Im vorliegenden Fall ist halt viel gelungen, also es ist gelungen, dass die Einbringung steuerneutral ist und es ist gelungen, dass man das Gruppenmitglied auch zumindest für das Jahr 18 in die Gruppe reingebracht hat. Das ist ein tolles Ergebnis angesichts der Ausgangssituation, dass man konfrontiert war mit einer steuerwirksamen Einbringung und keiner Gruppe. Aber bei Detailbetrachtung muss man sagen, es wäre vielleicht sogar ein bisschen besser gegangen, weil man hat ja schließlich im Oktober 2017 schon gewusst, dass die Gruppe für die A nicht funktioniert. Das heißt, man hätte hier auch gut und gerne hergehen können und sagen können, liebe A, stell doch dein Wirtschaftsjahr um, zum Beispiel auf 31.10., weil dann hätte man nicht nur das Jahr 2018 reingebracht in die Gruppe, sondern auch November und Dezember 2017 von der GmbH. Das heißt, man sieht, auch wenn der Fall kompliziert ist und am Anfang aussichtslos ausschaut, man kann jede Menge machen, jede Menge bewerkstelligen. Auch ein gut beratener Fall wie der vorliegende Fall kriegt immer noch ein bisschen Optimierungspotenzial vielleicht. Und ja, wenn ihr solche Fälle habt, solche Fragestellungen habt und nicht mehr weiter wisst, läutet es gerne rein bei uns, schreibt uns eine E-Mail, tauscht es euch aus mit uns. Wir sind immer offen für Gespräche und unterhalten uns wirklich gern zum Konzernsteuerrecht. Das heißt, ja, meldet sie euch. Solltet sie euch nicht melden, macht das auch nichts. Dann sehen wir uns einfach das nächste Mal bei Uptotex. Vielen Dank. Die heutige Folge war natürlich nicht die einzige Folge, die wir im Uptotex-Format haben. Wir haben eine Reihe weiterer spannender Fälle, zum Beispiel die letzte Folge von Christian Fichtinger zur Einlagenrückgewehr bei verdeckten Gewinnausschüttungen. Die finden Sie links und die nächste Folge in unserem Format, die finden Sie rechts. Nichts.